Hallo ihr lieben Mäuschen da draußen, juhu, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Randall's Monday. Ich bin aus dem Urlaub wieder zurück und kann nun endlich eine neue Aufnahme-Session starten. Ich weiß nicht wann diese Folge hier erscheinen wird, ähm, entweder sie erscheint am Dienstag, den 4.12. oder vielleicht sogar heute, wo ich aufnehme, am Montag den 3.12. Ich weiß es noch nicht, wie ich es zeitlich schaffe. Und, ähm, ja, wir sind hier stehen geblieben sozusagen in unserem Schlafzimmer, wo, ähm, wo ich quasi mit Sally anscheinend geschlafen habe, die, by the way, unseren, äh, goldenen Ring trägt, den wir ihr angesteckt haben sollen, aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich deswegen, weil wir beide in der letzten, ähm, also letzten Abend in Claytons Cave Kneipe quasi uns, äh, zugesoffen haben. Und anscheinend wussten beide nicht mehr, was sie machen und sind dann irgendwann im Bett gelandet. Er hat ihr den goldenen Ring angesteckt, sie finden den zauberhaft. Er natürlich, äh, nicht so und, äh, naja, im Grunde, ähm, ja, es weiß ich natürlich nicht mehr, was da jetzt als sonst noch so passiert ist. Wir haben einiges gemacht und, äh, ja, ich würde mal sagen, ich benutze einfach mal die Feuertreppen, guck mal, ob Mrs. Gozer immer noch am Leben ist. Weil die gute Mrs. Gozer ist ja auch eine dieser Personen, die ja immer wieder aus dem Fenster guckt, weil sie sagt, naja, sie möchte wissen, was da draußen los ist. Und, aha, siehe mal da, was haben wir denn hier? Einen schönen Kuchen hat sie uns hingestellt. Mh, leckerchen. Na, nehmen wir den doch gleich mal mit. Mrs. Rosa hat Kuchen gebacken. Mh, lecker Kuchen. Mh, einstecken, mitnehmen, essen und wohlfühlen. So, gut, äh, nachdem wir nicht weiter runter können, müssen wir dementsprechend wieder ein bisschen, äh, also müssen wir dementsprechend wieder hoch. So. Ich glaube, ich werde mit dem Mikrofon noch ein bisschen weiter leiser drehen, weil ich glaube, das ist ein bisschen zu laut aufgedreht gewesen gerade. Entschuldigung, falls es euch gerade die Ohren rausgeschmissen hat. Ähm, so, jedenfalls, äh, ja, können wir noch mal mit Sally quatschen? Ich brauche nicht noch mehr Details über letzte Nacht. Okay, wir brauchen nicht mehr über Details der letzten Nacht quatschen, alles klar. Gut, ähm, was haben wir denn noch? Wir gehen mal ins Wohnzimmer zurück. Na, das nenne ich ja mal ein Clusterfuck. Ich muss mitfinden und ihm erklären, dass das nur ein Missverständnis ist. So, ähm, falls man gerade irgendwelche Nebengeräusche hört, das ist leider die Baustelle. Ich befinde mich leider direkt neben der Baustelle oder wohne direkt neben der Baustelle. Also neben der aktuell, äh, laufenden Baustelle. Ähm, ist eigentlich der Parkplatz, der gerade, äh, vollgemüllt ist mit Containern und mit diversen Arbeits, äh, Werkzeug und Arbeitsmaterialien. Ähm, weil hier im Haus und in der Umgebung sozusagen Sanierungen stattfinden und deswegen nicht wundern, wenn man in der Aufnahme vielleicht immer wieder mal irgendwas hört davon. Ähm, das Mikrofon ist doch ein bisschen sensibel teilweise. Deswegen nicht wundern, aber ich, ich hoffe, man hört's nicht allzu laut. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Also falls sich irgendwer wundert. Und, oh wow, jetzt fangen die oben ja an, auch schon anzubohren. Na, lustig. Ha, ich liebe das. Ähm, so. Ein Fenster haben wir hier. Äh, das können wir hier nicht benutzen. Also kein, da haben wir sogar noch, hm, schon auch, sehen aus wie chinesische Nudeln hier. Also so eine Nudelbox und eine Flasche Wein. Können wir allerdings nicht mitnehmen. Äh, was haben wir denn hier? Eine Zeitung, natürlich. Immer wieder mal die Zeitung nehmen. Ähm, naja. Mad, wie er leibt und lebt. Wahnsinniger terrorisiert Nachbarschaft. Ein wahnsinniger terrorisierte Nachbarschaft und, und dabei ein Bild, wo er kotzt. Alles klar, das ist Terror. Das ist anscheinend Terror. Wenn jemand kotzt, dann terrorisiert er sofort die Nachbarschaft. Alles klar, läuft. So, okay. Äh, dann würde ich mal sagen, äh, da können wir sowieso nichts mehr machen. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal raus in den Flur. Oh, hey Mr. Ja, moin. Marconi, was ist los, Junge? Du schaust, als hättest du mich noch nie gesehen. Naja. Reiß dich zusammen, Junge. Du wirst schließlich mein Schwiegersohn. Oh, echt jetzt? Äh, hören Sie, wegen der Miete? Lass mal, mein Sohn. Jetzt, wo wir eine Familie sind, brauchst du dir um die Miete keine Sorgen mehr machen. Konzentrier dich mal ganz auf die Hochzeit. Ähm, okay. Er lässt uns anscheinend die Miete, weil er sagt, naja, konzentrier dich mal lieber auf die Hochzeit. Alles klar, Mr. Marconi, alles klar. Oder, liebe Mrs. Marconi, ich hab keine Ahnung, wer du bist. Ähm, ich glaube, mein Hirn kann das gar nicht verarbeiten. Ähm, ja. Ich glaube, mein Hirn kann das alles gar nicht richtig verarbeiten. Ach, du hast nur kalte Füße, Junge. Das ist normal. Sieh mal, es ist doch bloß der Anfang eines ganz neuen Lebens. Ich glaube, mein Brustkorb explodiert gleich. Mann, Hicks, dein Humor gefällt mir immer besser. Warte erst mal, bis du Sally den Kälchengang runterkommen siehst. Okay. Irgendwas stimmt da nicht. Also, ich glaube tatsächlich, dass es Mr. Marconi ist, der einfach nur seine Stimme verstellt und deren Frauen gerade in den Ohren rumläuft. Aber woher hat er große Busen? Ähm, irgendwas ist anders an Ihnen, Mr. oder Mrs. Marconi? Irgendwas ist anders an Ihnen, Mr. Mrs. Marconi? Oh, schönen Dank für die Blumen, mein Lieber. Neue Frisur, gefällt's dir? Äh, klar. Sieht scharf aus. Ich will an eurem großen Tag umwerfend aussehen. Na, das klappt ja schon mal. Mich haut's gleich aus den Socken. Haha, die frohe Erwartung bringt dich fast um was. Oh, ja. Ich muss jetzt mal los, einen Anzug besorgen. Ich will richtig gut aussehen. Braver Junge. Eine Ehe ist nichts anderes als jede andere Beziehung auch. Man bekommt heraus, was man investiert hat. Merkt ihr das? Ja, definitiv Mr. Marconi. Oh, was für eine üble Scheiße. Wie kommt Sally, mein verdammtes Scheißbett? Und was war das für ein Monster im Hausflur? Oh, fick mich, Seidwirtz. Naja, ich muss unbedingt mit mir reden und alles klarstellen. Fick mich seitwärts. What the fuck? Von der Seite? Äh, wie funktioniert das? Ähm, okay. Haben wir hier in der Seitenstraße irgendwen? Vielleicht den Penner oder so? Ich glaube nicht. Ne, nur Hundi. Nur Hundi ist da, der die Seitengasse bewacht. Also zumindest die hier. Ähm, so. Was haben wir denn dann noch? Können wir da noch irgendwas machen? Irgendwas mitnehmen oder so? Samuel, er checkt sich das auch nicht mehr da. Da hängt ein Handschuh. Uh, können wir den mitnehmen? Bobs Handschuh. Bobs Handschuh. Nimm ihn mit. Weißt du, kommst du dann... Natürlich kommst du nicht ran. Nimm doch den Entenbügel. Damit kommst du sicher ran, oder? Natürlich. Wie soll ich ihn patentieren lassen? Ist recht cool. Ja, der Entenbügel ist für alles da. So. Man kann sich auch hinten reinstellen. Was? Äh, hab ich nie gesagt. So, ähm, ein Fremder. Sehr schön. Ich versuchte ja immer dem Gespräch mit Fremden aus dem Weg zu gehen. Natürlich versuchst du das weiterhin. Hm, hätt ich mir auch nicht anders denken können. Gut, dann wollen wir mal gucken. Hm, einsam. Sag mal. So. Entschuldigung. Musste kurz mein Kabel vom Stuhl entfernen, weil sonst fahre ich da auch noch drüber. Ist gar nicht gut. Ähm, jetzt hat sich geheißen, wir sollen mal zum Matt gucken, weil wir da alles klarstellen müssen. Deswegen schauen wir mal zum Matt. Wo ist denn Matt? Hier. Matt's Wohnung. So, willkommen zurück zu In-Mats-Wohnung. Oder, oh je. Jetzt steht der Junge allein da, ohne seine Mutter. Es kann er uns mehr antun. Nicht schon wieder. Aber er hat ja seine Marke nicht mehr. Das heißt, er ist nicht mehr der Boss. Ähm, okay. Hotdog-Verkäufer. Ach, guck mal. Bevor ich mit dem kleinen Jungen quatsche, spreche ich jetzt mal mit dem Hotdog-Verkäufer. Ein einfacher Hotdog-Verkäufer. Nichts Besonderes. Dann spreche ich nochmal mit ihm. Morgen. Guten Morgen. Besetzt du einen Luftballon? Klar. Wenn die Jungen weiß, sehe ich aus wie einer, der was zu verschenken hat. Weiß nicht. Hast du nicht früher Hotdogs verkauft? Das ist leider Geschichte. Einst bedachte mich die Hotdog-Gottheit mit ihrer Gnade. Bei mir gab's die besten Hotdogs der Stadt. Aber eines schicksalhaften Tages wurde ich verloh. Und seitdem... Mal langsam, Kumpel. Ich hab das Monopol auf Flüche. Da musst du dir schon eine bessere Ausrede einfallen lassen. Wie bitte? Ich sagte, ein Hotdog mit allem bitte. Du hast mir wohl gar nicht zugehört. Wie bitte? Ach. Ich hasse Menschen. Da sind wir schon zwei. Also... Ja, gut. Mit Hotdogs wird's wahrscheinlich nix mehr. Wobei ich mir gerade... Wobei ich mir gerade... Wobei ich mich gerade... Äh... Frage. Oder wobei ich mir gerade die Frage stelle. Wenn der doch Luftballons hier verkauft, ne? Man achte mal hier drauf. Auf das Schild, wo gerade mein Mauszeiger liegt. Warum hängt hier noch ein Schild mit Hotdog? Das müsste er eigentlich entfernen, wenn er jetzt noch Ballons verkauft. Und müsste er stattdessen vielleicht ein Schild dranhängen. Ballons. Und ein Ballon, äh... Bild drunter. Und nicht Hotdog mit einem Hotdog-Bild. Das passt hier nicht. Das passt eindeutig nicht. Und ja, ich bin, äh... Einer, der gerne auf i-Tüpfelchen herumreitet. Oder der klein... Der kleine... Äh... Kleine Details raussucht, um sich darüber aufzuregen. So, ähm... Naja, nicht... Nicht aufregend in dem Sinn, aber... Ich sag mal so, es... Es fällt mir halt auf. Ähm... Ähm... So, okay. Was müsste ich tun, dass du mir ein paar Luftballons schenkst? Was müsste ich tun, dass du mir ein paar Luftballons schenkst? Tja, du könntest mich vielleicht umreden. Wär das nicht ne Nummer zu hart? Du findest schon ne Nummer zu hart, einfach so nach gratis Luftballons zu vernagern. Entweder du legst mich um und nimmst dir einen, oder du bezahlst. Überlegst dir. Hm, ich wollte eigentlich niemanden killen. Schlauer Junge. Ja, wir killen auch niemanden. Also zumindest glaube ich das. Äh, ist das ne Heliumflasche da unten? Ist das ne Heliumflasche? Wie sollte ich sonst die Ballons aufblasen? Das weiß ich. Du bist der Fachmann. Eben. Und ich sag dir, das ist Helium. Warum hast du denn nicht so ne quietsche Stimme? Wo lebst du denn? Das funktioniert nur, wenn man's einatmet. Äh, bist du sicher? So sicher wie heute Montag ist. Okay, dann beweis es doch. Ich will mein Helium nicht verschwenden. Ach komm schon. Lass dich nicht lange bitten. Da kannst du auf Knien rutschen. Ich inhalier doch kein Helium nur, dass du dich amüsieren kannst. Naja, so viel Helium geht da jetzt auch nicht verloren. Wenn du kurz Helium einatmet oder kurz einen Ballon nutzt, den du mit Helium vollmacht und dann ein bisschen was davon nutzt. Ich mein, hallo. Das, das, äh. Ja gut, die Heliumflasche ist da jetzt nicht allzu groß. Normalerweise sind das größere und schmälere. Aber im Grunde genommen, ähm, so viel Helium geht da, glaube ich, nicht verloren. Ähm, äh, wollte in Wirklichkeit gar nicht, dass du das machst. Äh, nein. Bitte. Nein. Nein. Bitte. Nein. Nein. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Nein. Nein. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Nein. Nein. Der gibt dann auch nicht auf, ne? Ganz lieb, bitte. Ganz lieb, bitte. Ich sag dir nein. Über oder bitte. Also, überober bitte. Überober bitte. Ernst? Über ober super bitte. Über ober super bitte. Du treibst mich zu weit. Ich brauch's denn echt? Ich brauch's denn echt? Soll ich dir sagen, was ich brauche? Ich brauch's denn wirklich ganz dringend? Das ist mir ziemlich schnuppe. Ich brauch's denn wirklich ganz, ganz dringend. Ich brauch's denn wirklich ganz, ganz dringend. Könnte ich irgendwoher? Sag mal. Will ihr mich bescheißen oder weiter? Was soll denn das? Es geht um Leben und Tod. Dann nimm ich den Tod. Ernsthaft? Er nimmt wirklich... Er nimmt lieber den Tod? Hm. Also, wenn du mir keinen Gips, lieber Ballonverkäufer, dann rede ich aber nie wieder mit dir. Wenn du mir keinen Gips, rede ich nie wieder mit dir. Na dann gebombt. Dann, äh, dann werde ich der beste Freund. Ich werde dein bester Freund. Hab schon einen Hund. Was hat das mit dem Hund zu tun? Was hat das mit dem Hund zu tun? Ich mein, ja, der Hund ist ja der beste Freund des Menschen. Aber, nee. Ich werde bis in alle Ewigkeiten ein bester Freund sein. Wirklich. Best, äh, der beste Freund als ein schäbiger Hund da. Ich werde bis in alle Ewigkeit dein bester Freund sein. Ich hasse Hunde. Du weißt schon, dass der Spieler nicht aufgibt, bevor du das Zeug endlich nimmst, oder? Äh, tja. Na dann. Na bitte, er macht ja doch. Kann ich doch irgendwas ändern? Nein. Yippie-kai-yay, doof Mann. Hehehehe. Stark, Alter. Und ich glaub, der Rotz-Nase hat's auch gefallen. Ja, bei dem ist das wohl normal. Ist halt nur so ein Hosenscheißer. Aber bei dir? Ja. Hey, kannst du's nochmal machen? Äh, ich mach das nicht nochmal. Ja, ich sag mal so, man, man sollte nicht zu, äh, zu viel Helium einatmen, weil das doch dann sich negativ auf den Körper ein, äh, also auswirkt. Das ist, das ist schon ganz klar. Aber, äh, trotzdem, ich mein, ich fand's lustig. Ähm, was kann man denn mit dem Jungen jetzt machen? Ich quatsch mal mit dem. Hallo, Großer. Du hast aber einen super Luftballon. Das ist meiner. Den kriegst du nicht. Du bist doof. Wow. Wie er eh mal gleich seine Beleidigungen raushaut, weißt du? Äh, du bist doof. Wow. Hat dir die komische Stimme von dem Mann gefallen? Hat dir die komische Stimme von dem Mann gefallen? Ja, der stinkige Ballonmann ist lustig. Das ist lustig, wenn der lustige Sachen macht. Na ja? Na gut, soll er denn nochmal seine komische Stimme machen? Ja, oh ja, voll Depp. Na gut, aber ich brauch deine Hilfe. Ich brauch deine Hilfe. Fang bitte nicht wieder damit an. Sag ihm einfach, er soll's nochmal machen. Na gut, Depp. Sagst du bitte dem Verkäufer, dass er's nochmal machen soll? Ja, blöd Mann. Ja, ist schon gut. Ja, mach mal. Entschuldigung. Äh. Sagst du bitte dem Verkäufer, dass er's nochmal machen soll? Ja, blöd Mann. Ja, ist schon gut. Nee, gut. Ich glaub, das hilft nix. Entschuldige, dass ich nochmal störe. Warum verkaufst du jetzt Luftballons? Warum verkaufst du jetzt Luftballons? Tja, nachdem meine Gastro-Lizenz einkassiert wurde, hab ich erst mal intensiv recherchiert. Und nach langem Hin und Her... Komm zur Sache. Wollte nicht deine Lebensgeschichte hören. Hm, okay. Siehst du den Hosen-Scheißer da drüben? Schwer zu übersehen, das Riesenbaby. Tja, der steht unheimlich auf Luftballons und hat immer Kohl. Ich muss nur in seiner Nähe bleiben. Und kann mir die Uni für meine Kinder leisten. Was macht er mit den Ballons? Risst er die? Nicht ganz. Verstehe. Beziehungsweise ganz und gar nicht. Bist du blind oder was? Ich glaub, das ganze hier umschlägt dir aufs Gehirn. Wie bitte? Ach, nichts. Äh, okay. Alles klar. Ähm. Deswegen hat der kleine Junge auch wie in einen grünen Luftballon. Ähm. Ich glaube, der Junge will dir was sagen. Ich glaub, der Junge will dir was sagen. Echt? Na, Große, kann ich dir helfen? Komische Stimme? Äh, komische Stimme? Siehst du, ich bin nicht der Einzige, der das nochmal hören will. Gefällt dir meine quete Stimme, Junge? Komische Stimme. Oh ja, komische Stimme. Ja, der Kleine hat sie nicht alle, oder? Dann schau ihn dir halt an. Wird schon sagen, der hat sie nicht alle. Nun ja, mein Kleiner. Für so einen Bonneproppen mach ich alles. Ach, für den macht er alles, aber für mich nicht, oder was? So, dann machen wir es so. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.